Was brauchen wir? Ich gehe gleich zu Supi einkaufen. Wir brauchen Brot, Butter und Milch. Brauchen wir sonst noch etwas? Ja, Reis, Nudeln und Käse. Ah, stimmt! Haben wir noch Eier? Nein, wir haben auch keine Haferflocken mehr. Und kein Müsli. Warte, das ist ziemlich viel. Ich schreibe einen Einkaufszettel. Also Brot, Milch, Butter, Nudeln, Reis. Käse, Eier, Haferflocken und Müsli. Wir brauchen noch Getränke, Saft und Mineralwasser. Ich komme mit und helfe dir tragen. Prima! Dann können wir die Pfandflaschen mitnehmen. Gute Idee! Bei Supi gibt es einen Pfandflaschenautomaten. Trägst du die Pfandflaschen? Ich habe Einkaufstaschen, Geld und Masken eingepackt. Ich habe den Schlüssel eingesteckt. Okay, dann können wir los. Auf dem Markt. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Was darf's sein? Ich hätte gerne vier von diesen Äpfeln hier. Und vier Bananen. Gerne! Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ja? Einen Bund Petersilie und eine Schachtel Erdbeeren, bitte. Soll ich Ihnen das in eine Tüte packen? Nicht nötig. Ich habe einen Korb. Prima! Darf es sonst noch etwas sein? Ich hätte gerne noch 500 Gramm Kartoffeln. Ein halbes Kilo Kartoffeln. Kommt sofort! Sonst noch etwas? Haben Sie auch Paprika? Ja, möchten Sie rote, gelbe oder grüne? Eine. Von jeder Farbe eine, bitte. Sehr gerne. Das war's dann. Danke! Also, vier Äpfel, vier Bananen, ein Bund Petersilie, eine Schachtel Erdbeeren, 500 Gramm Kartoffeln und drei Paprika. Das wären dann 11,50 Euro. Bitte schön! 15 Euro. Danke! Danke! So! Und drei, 50 zurück. Und drei, 50 zurück! Danke schön! Bitte schön! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! In der Bäckerei Wer ist jetzt dran? Ich, hallo! Hallo! Ich hätte gern ein Stück Apfelkuchen und ein Stück Erdbeerkuchen. Gerne! Darf es sonst noch etwas sein? Zwei Laugenbrötchen, eine Brezel und zwei normale. Ja, sonst noch etwas? Das war's dann! 7,50 Euro. Bitte schön! Danke! Und zwei, 50 zurück! Schönes Wochenende! Tschüss! Gleichfalls! Tschüss! Wurst und Käse! Der nächste, bitte! Guten Abend! Guten Abend! Ich hätte gern zehn von diesen Würstchen hier. Von diesen? Ja, bitte! Haben Sie sonst noch einen Wunsch? Ich hätte gern 500 Gramm von diesem Käse hier. Geschnitten? Geschnitten? Ja, bitte! Gerne! Sonst noch etwas? Fisch haben Sie nicht? Nein, hier an der Theke gibt es nur Wurst, Fleisch und Käse. Fisch finden Sie in der Kühltheke. Ah, vielen Dank! Wo ist denn die Kühltheke? Gehen Sie durch die Obst- und Gemüseabteilung. An den Konserven und den Getränken vorbei. Dann sehen Sie rechts die Kühltheke. Oh, prima! Danke! Nichts zu danken! Schönen Tag noch! Gleichfalls! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020